Hey Leute, Lotus hier. Ich werde euch heute zeigen, wie man hübsche japanische Häuser baut, und zwar die, was hinter mir da steht. Natürlich, wenn ihr die Map hinter mir downloaden möchtet, den ersten Link in die Videobeschreibung. Und der zweite Link in die Videobeschreibung ist mein Discord, falls ihr vorbeigeunen möchtet. Da bekommt ihr auch ab und zu ein paar Bautricks, oder Bautricks, wenn ihr mich halt fragt. Aber ich hätte gesagt, Leute, wir legen gleich Dirk los. Und natürlich, wenn euch dieses Video gefällt, vergesst nicht, gerne ein Däumchen oben da euch zu lassen. Und da freue ich mich, wie gesagt, ganz besonders. Aber ja, legen wir gleich Dirk los. Und zwar, als erstes was wir machen, wir bauen hier mal sieben Blöcke in die Luft drauf. Und sozusagen den sieben Block setzen wir dann oft in so einen schwarzeichen Block. Das nächste, was wir machen, ist, wir bauen eins hier rauf. Dann bauen wir sozusagen hier nochmal drei Blöcke rüber, Leute. Dann machen wir auch nochmal. Ungefähr so. Danach nehmen wir sozusagen solche Stufen. Danach bauen wir hier so etwas in der Art rauf. So, dass oft dann eins, zwei, drei Stufen sind. Das letzte Baum oft dann doppelt so hoch. Das machen wir jetzt hier andere Seite auch wieder. Gut, wenn wir das gemacht haben, machen wir eigentlich das gleiche wieder hier. Und zwar, wir gehen jetzt hier wieder nur runter. Bauen wir dann auch wieder hier Blöcke rüber. Und dann gehen wir hier wieder rauf. Und das machen wir jetzt einmal, bis wir so einen auf einen Quadrat haben. So, wenn wir das jetzt hier geschafft haben, sieht es ungefähr so aus. Ihr könnt auch gerne das Video stoppen, falls ihr jetzt sozusagen ihren Baufehler habt. Aber wir machen jetzt hier weiter. Und zwar, wenn ihr so einen Block in der Mitte habt, setzt ihr einfach links und rechts einen Block. Baut dann einmal vor. Schlagt den weg. Und danach macht ihr sozusagen so etwas, was ich jetzt hier gebaut habe. Und den setze ich nochmal eins so vorne hin. Danach nehmen wir solche Stufen. Und platziert hier das so runter. Und hier platzieren wir einen drauf. Das sieht ungefähr dann so aus. Und das machen wir jetzt auch hier jeder Seite. So, das sieht jetzt ungefähr so aus. Und das ist nichts, was wir machen. Wir nehmen dann jetzt hier so einen Prismarine. Und platzieren dann so die Blöcke rüber, so ich das jetzt hier mache. Eigentlich kann man das hier einmal rumfahren. Und die wird man am Schluss so einen Block hier halt hier draufsetzen. So, wenn es jetzt so aussieht, dann nehmen wir jetzt hier einen anderen dunklen Prismarinenblock. Dann schlagen wir den wieder weg. Und dann bauen wir hier sozusagen eine Spitze hoch rauf. Ungefähr, ja, so bis halt die Mitte da ist. Das sieht auch dann ungefähr aus wie eine Pyramide. Und anschließend machen wir das hier auch nochmal. Hier bauen wir zwei Blöcke so raus. Hier habe ich ungefähr was vergessen. Entschuldigung, so. Und dann noch bauen wir hier auch wieder so in der Art, ja, in der Mitte hoch rauf. Danach nehmen wir wieder diesen Prismarinenblock. Und bauen oft dann hier so wieder überall dazwischen rein. Danach kann man hier noch so eine Einkerbung machen. Und ich baue dann so rüber. Und bauen sozusagen hier so das Innendrin hoch rauf. Das können wir jetzt bei jeder Seite hier so machen. So, wenn es jetzt ungefähr so aussieht. Danach gehen wir hier oben rauf zu die Spitze. Dann bauen wir über nochmal einen Block rauf und bauen hier auch nochmal so rauf. Danach können wir eigentlich hier noch innen drin so etwas einsetzen. Und jetzt kommt auch die Spitze dran. Für die Spitze bauen wir einmal außen drum mit solchen Treppen. Bauen wir hier wieder oben falls drauf. Setzen auf den einen so einen, ja, schwarzen Linksbums rein. Hier genau so ein schwarzes Brett. Danach bauen wir hier abends so ein, ja, hier finden wir auch die Leute nämlich ein. So, dann bauen wir es einfach hier, so wie ich das jetzt hier mache. Genau, so können wir es machen. Genau, und ja, das würde uns schon so ganz gut passen. Jetzt holen wir uns hier zwei rote Blöcke raus. Ich habe mich für Keramik und für Trockenbeton entschieden. Und bauen wir sozusagen die Stützen für das ganze Zeug hier. Und zwar, ich denke, ich werde hier eine bauen. Dann werden wir hier noch eine bauen. Also wir werden jetzt sozusagen einen Kreis bauen. Ihr könnt auf ungefähr das Video hier stoppen, damit ihr wisst, wo ich sozusagen hier die Säulen baue. Diese Säulen bauen wir erstmal ganz runter an den Boden. Das nächste, was wir machen, wir nehmen hier sozusagen so ein Akazientreppenholz oder irgendein Holz, was dir gerne, was dir gut gefällt so. Und baust dir einmal außen drum, so wie ich das jetzt hier mache. So gut, das sieht jetzt hier ungefähr aus. Und das sehen wir schon, wir können hier reingucken. Und deswegen mache ich das meistens mit Smaragdblöcken zu. Wenn du jetzt in Survival bist, kannst du auch gerne andere Blöcke verwenden. Ich stopfe das meistens hier mit Smaragdblöcken zu, weil das immer einen ziemlich coolen Blickfang hat. Das machen wir jetzt auch wieder überall. So, ich habe jetzt hier überall reingestopft. Und man sieht, man kann hier trotzdem noch drauf gucken. Ich würde das dann einfach entweder so zustopfen, so ich das jetzt hier mache. Oder du kannst es auch mit dunklem Holz so wieder zumachen. So, nun nehmen wir hier diesen roten Trockenbeton und machen die unteren zwei Blöcke zu diesem Trockenbeton halt, damit wir sozusagen einen anderen Rotunterschied haben. Ich finde das immer ganz nice. Danach machen wir die Innenseite mit so einem, ja mit Knochen machen wir das. Oder mit weißer Wolle, wie du das am liebsten haben möchtest. So, nun hast du schon mal das Wichtigste erledigt. Man sucht hier dann eine beliebige Seite aus. Zum Beispiel, mir gefällt die jetzt hier ganz gut. Danach reiße ich hier diese eigene Säule ab. Dann bauen wir hier sozusagen eine Terrasse in der Art nach vorne, so ich das jetzt hier mache. Danach platziert man hier, ja so hier Eichen, ja Hölzer. Bauen wir hier nochmal so etwas rein. Man kann hier auf einer Stufe auch platzieren. Und anschließend, ich sehe gerade, dass ich das falsch gebaut habe. So, jetzt ist es hier jetzt richtig. Dann können wir hier das in der Mitte abreißen. Entweder machen wir eine Tür rein oder machen wir sozusagen eine coole Tür rein. Ich habe es jetzt doch bei einer Tür belassen. Und natürlich könnte man dann auch noch mit solchen Zäunen oft das hier noch verbinden. Das gefällt mir meistens auch noch immer ganz gut. Was man auch noch hinzufügen könnte, wenn man Bock hat, könnte man solche Lichter runterhängen lassen. Man könnte dann darauf solche Falltüren platzieren. Und das könnte man dann auch auf jeder Seite hin platzieren. Damit die Fassade nicht so leer aussieht, könnte man auch noch ein paar Knöpfchen dazu packen. Und schon hat man das japanische Haus fertig gebaut. Wie ihr auch schon wahrscheinlich mitbekommen habt, habe ich hier eine kleine Version von so einem japanischen Haus gebaut. Natürlich kann man das auch ganz gut ausarten, indem man mehrere Stöcke raufbaut und das immer größer baut. Dann sehen ungefähr die Häuser auf dem Zoo aus. Wie gesagt, downloadet gerne diese Map hier, damit ihr sozusagen eine kleine Vorlage habt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Sonst lasst auch gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt und so, als wenn euch das Video gefallen hat. Und sonst sehen wir sich hier bei einem nächsten Video wieder. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.